Der Karlsruher SC präsentiert WildparkTV. Powered bei BadenTV. Was? Kleine Hütchen. Respekt. Lieber Steffen Kerb, das war schon sehr stark, vor allem mit kleinen Hütchen. Das muss man erstmal so hinbekommen. Ich habe es nicht geschafft. Dazu Glückwunsch, auch an den SVK Bayer Time und FUPA, Eisfuzzi, Husti Mobilienservice und der KSC. Wir gratulieren dir sehr herzlich und wünschen dir alles Gute.